Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Left 4L 2 mit dem Brummi Hallöchen du Hallöchen ihr da draußen und mit mir der geilen Nubelschnitte weil auch Miss Miss Rochelle Lukas Ohr Solarium Ohr 13 Solarium ja aber geil so hinauf benutzt du bist so schwarz du könntest Baumwolle pflücken Prozent Prozent der Scheiße immer aber es ist sehr gerne nur ist nur Rief ist nie wir machen nur Spaß aber alle Bessers meine Tante so sehr viel brasilianerinnen als so auch nur schießt noch ein bisschen nur Nubelschnitten haben war Wiener auch so hohe heimlich werden wenn wir müssen wir werden ein weiterer das ist die komplizierte in den aufzug Prilator in denen probat wurde in der einen okay wird jetzt Prozent also haben wir gleich als er wirklich so haben wir die Missionen sind so geil wenn eine Prima in den Hammer Mission also ich ist super aber auch mit dem Schott gibt es sehr gut los hier und der nächste wohl Hammer Mission Bord die für gleich gut gut so dann gehen wir mal her holen wir mal D an ist er ja nicht mal gleich direkt müssen wir hier kann nicht sein soll er klar ist wir auch noch und wählen die Fäder Mission mit dem Auto der wo müssen wir das ausfüllen an da wo ich bin da wo ich bin da müssen sie erinnern der Fertig nein die Stadter die Stadte der Mandelung ich kann muss die Rüge sind wird mir allein ja ja meine Mutter ist abgerollt, hey hehehe, ne, hört so, ich heute kommt ich da, jetzt komm ich meine gerechte Bestrafung ne, aber da kommst du es wieder da und du bist wieder respawned eh wieder oh, splitter bananensplitter oh, oh Gott, wie schlechte Witze, der heute bringt, es ist nicht mehr schön, glaub mir oh erzähl du mir doch, heute hab Mitleid mit mir, bitte Leute, hab Mitleid ja, bitte, du doch mal einen guten Nitz also oh also oh mein Gott ähm das sind, äh ähm, die Minuten später, ähm keine Ahnung, Mann ja, eben ja, eben dann Maul nicht rum, wenn ich kenne, Hilfe ciao, tschi ja, okay, bin schon down, aber ja, ich bin sogar nougat nougat reines nougat braucht Hilfe okay Nutella braucht Hilfe nougat hellerbrot Nutellabrot nougat nougat hoja okay, hol ich mal ein 9 erster oh, ich hab'n Furz gelassen oh, wie geil schnitt oh, ja das ist eine hammergeile Missione ich will mal riechen kommen darf ich okay lass mal nur die Hälfte der ihr seid die Zeugen jetzt wird es hässlich wenn wir haben auch die Zerreißen ist wie zu so muss sein ja genau mit der Hälfte wir sind gerade überhaupt keine Zombies ja auch nicht ich äh wir helfen mal da lieber ein bisschen alles an keine Ahnung alles ist tot alles alles hilft mir oh mein Gott mir fast dauert oh oh Coach Coach hol den Coach schnell hol den ich deck euch ja ich will mal her oder nee nee der hat nicht mehr er hat es selber mit der Karte gut hol ich mir mal einen Panister ja ich noch gar nicht mehr aus dem Jahr und sie jetzt alle nur was hol ich mir mal ein bisschen Nougat holt sich mal ein bisschen Brötchen Nougat Nougat ich muss er auf Prozent vor Ort gleich mal wieder Euro holen wir sind etwas nämlich mehr kann ist es nicht mann da geht es nicht ich glaube ich habe mich durch dort zur Bank von Stuttgart Bomi weg Stuttgart Mann ich will mir mal Alter wo aber hinten da kommen kommt schnell er er ich halte gerade in der Hand wer steht auf Röhrer wir werden mit auch mal her anstrengt die Fassel die Kauerei hat er aber Gott so ich bin so gut wie du erhebte mal kurz ich hätte ich Rumi hochhelfen, ja machen wir sofort verbiss dich Coach man die Nougatschnitte muss mir helfen Jo hielt dich mal lieber ein bisschen oder so ja der Coach hielt mich gerade sei dumme Hund ey anstatt dass er sich selbst aushält Mongo hoch 3 kann man nichts machen tun wir nicht da ist der Nigga alter richtig dumm Reis ist hier nicht so ich darf das war alles selber schwarz mir leistet nicht mehr Geld nicht mehr schwarzen wenn er Spaß macht die mir nicht auf die Nüsse ein vor allem mal kurz der Knie mal vor 6 kann ist dann auch weiter der nicht mehr Mokar der Knie ich bin weg der Knie der Meer ein Kind der Meer die nicht weiter wo bis zu ich bin irgendwo am Arsch der Welt er bin ich die Tobi auch gerade Das ist blöd. Hinter mir ist der Tag. Geil. Oh, mich hat er, mich hat er, mich hat er. Okay, ich helfe dir. Und genau jetzt bin ich da. Ich helfe mal mit dem Schiss da auf. Come on guys, come on. Lol, 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 lol. Noch einer hinter dir. Kommt da noch. Nein, ich bin down fast. Fuck, Alter, fuck. Okay, gleich der Augen her. Jungen Hütter. Jetzt. Ja, Alter, halt die Fresse. Ich muss hier selber erst überleben. Okay, passen. Okay, darum sind wir alle. Nee, ich hiel mich mal schnell. Wir sind alle down. Glaub mir, ich schaff das. Ich schaff das. Er kommt zu dir. Okay. Komm schon her. Und wenn dann. Und wenn kommt. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Nee, ich schaff das. Ich bin. Und auch ein Brummi herein. Du machst das. Und ich spielte auch nicht. Okay, Leute, wir sind tot. Noch einmal neu. Müssen wir das hochladen nachher. Einmal. Geil. Und weiter geht's. Ja toll, Alter. Da geht's. Vom. Direkt gleich. Raum. Mann, nee, nee. Also mal neu hier. Newgarten. Raus mit uns. Raus mit uns. Hallo, Dine. Clementine. Clementine. Newgarten. Bruder, komm her. Hallo, Louis. Louis. Newgarten. Sind das nicht die vom ersten Teil? Ja, doch noch. Ja, doch noch. Hey, das sind die Verletzungen der 1. Ja. Meine Homies, Mann, weißt du das? Meine Homies. Fahre nicht ohne mich los. Doch, Kammer. Kannst du ohne mich losfahren? Geh leider nicht. Mann, nee, lass mich raun. Ich will nichts. Ich werde immer zurückgeworfen. Ja, da habe ich auch gern gemacht. Lauf. Parade. Lauf. Parade. Lauf. Parade. Und gleich holen. Und gleich wieder. Boomi down. Was Boomi down? Ich bin nicht down. Ja, Boomi, habe ich gesagt. Boomi. 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 Boom, dann. Boom, Herr. Oh, gleich mal auffüllen. Helft'n immer. Und roll'n' mal am nächsten Planister. ich habe ich habe jetzt mal durch das ist nicht so einfach nur kann hol ich hol ich hol ich mehr mehr Charger Charger steckt mich da fast Wayne Kohle 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 3 Weißt du wen wir noch bräuchten den Kronk und den Sarasar ja 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 dann wird alles viel leichter gehen ne gar nichts da wird mir noch schlechter gehen eh Neubs oh bumi hallo hallo Boomer was geht ab du keine Soki du ne Smoker ne ja so geil hast du es fertig gesehen ne leider nicht er hat gewonnen eigentlich ähm ja beide halt es war ein Joremi weißt du nicht dass das nur gespielt war ja doch 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 ich glaube das war nur gespielt Euro das heute ist es kommt jede einzelne Kontroller Bewegung war schon vorgeplant wird 3 3 glaube ich ja was ja ja es war so geplant nichts und wird es gelöst gelöst das war noch 8 Heimann Scheißkennester nicht laufen Heimann ist die Szene ja das sollte man was schaffen da ist ein Jokei 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 man man lasst mich doch in Ruhe Alter okay jetzt reicht oh Chargy schreckt mich wieder mal oh my god I'm down oh doch nicht Danke oh oh ich hör da glaube ich ein Tank ja hör auf das du 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 äh äh hier Hank Musik ich wollte auch nicht sagen wenn ihr bei mir da oben ich halte ich halte oh Charly der 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 Lander der hat runtergeflogen das passt Mütter hat er gepasst Mütter 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 jetzt Zauber der Kieler ist entdeckt die Fies aus dem Gast nur nur das war ein 100 Prozent Nougat voll geil Romy LXV wir haben mehr Benzin braucht die Welt und vor allem billiger billiger billigeren Benzin Prozent Benzin Benzin Jungen Benzin Arbeiter das sind sie die kleinen Willkommen zu der Grammatikstunde mit Brummi und Lukas Benzin schreibt man nur in der Dings mit harten P Benzin LR von mir sollen die Welt Max Morata auf mir gleich auf mir doch nicht gut und hinein ja auch sechs noch dann haben wir so mit aber geil jetzt nur noch mehr dieses Mal wird's was diesmal wird's was Alena kostet bitte raus nicht schon wieder aber bitte geh raus Alena hört man sie nicht also passt schon man hört's ja nicht also passt so haben wir mal rein den Most hier den geilen Most Jürgen 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 Ich schoß einfach drauf nur drauf nur drauf nur drauf nur drauf gut down okay jürgen 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 beide sind down Alter das ist heftig Jürgen jetzt hab ich mein adrenalin sonst eingesetzt um Jürgen 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 ja die letzten 3 die letzten 3 ja Es bin hier und Ding genau down beide Char 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 Halt Hotter hat er gerammt Junge aber heftig gerammt er ist nicht hier aber hinten mhm Er rammt. Ach schon. Und auf geht's. Ja, hau mir eine rein. Nix da. Nix. Nix. Wie? Hier hinauf. Wie? Wie? Hopper die hinauf. Ah, so. Okay. Oh mein Gott, da kommen sie. Coach, hilf mir. Super. Helf mehr dauerhaft. Ich bin gerade in den Kanister leeren. Ja, tue ich mal. Mach noch mal da direkt mit. Oh ja. Wird mir einfach die Kanister runter. Da, deine. Gott, hau mir. Gott, hau mir. Lauf, Brummi. Oh mein Gott wird das. Oh fuck. Das wird eng. Okay, hab ihn reißen. Gott. Hinein gefüllt. Gott. Ja, lauf einfach. Kräfte. Ja, Mann. Ja, wir haben es geschafft, Mann. Leute, wir haben es wieder mal geschafft. Leute, wir haben es. Wuhu. Wir merken, Baus machen wir das momentan. Aber richtig. Da hinten ist das Ding jetzt. Was müssen wir jetzt machen? Da noch mal. Da schalten. Oder jetzt machen wir das mal. Warte. 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 Jetzt geht er. Warte. Lauf zum Auto. Lauf zum Auto. Tank, tank. Äh, schnell. Nö, schnell. Ich bin beim Rettungsfahrzeug. Ich bin beim Rettungsfahrzeug. Ich bin beim Rettungsfahrzeug. Ich bin beim Laufgott. Alter, Jungs, kommt doch. Kommt einfach. Ja. Jungs, wir haben es geschafft. Geil, super. Und jetzt? und auch nicht rocken ein schöner Ding hast du wieder so haben wir selber 8 aber kranken haben wir das war letztes Play Left und der und zwar und ein paar Jahr auf Englisch haben wir geilen und wir beide sind schon sehr naja Brücke auf Englisch heißt eigentlich Bridge mein Gott scheißegal Hauptsache wir haben wieder gelabert auf jeden Fall schon totmüde und wir werden morgen weitermachen ja hoffentlich und wir verabschieden uns von euch und wünschen noch einen schönen Abend ja wünschen wir genau Lukas hast du noch was zu sagen ja es war hammergeil und ja und sehen wir uns in der nächsten äh Folge vom Let's Play genau so sieht's aus und jo dann äh ja schneide ich mal und bla 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 mach mal gut jo da haben wir's hier gleich mal ready dieser okay und jo bis zum nächsten Mal tschüss Leute tschau Leute tschüss Leute